So, wie ich am Anfang des Videos erzählt habe, mir ist ja ein Fehler unterlaufen bei den Aufnahmen, dass ich gar keine Aufnahmen von dem Oberkörper habe. Und das ist jetzt der Punkt, ab dem ich keine Aufnahmen hatte. Und so, wir haben jetzt, ich häkle jetzt einfach separat einen Körper. Also, sie sind ja keine Beine da oder sowas, aber bei euch sind die ja schon reingehäkelt. Hier ist ein Bein und da ist ein Bein. Die Markierung läuft bei mir so, wie es halt bei dem anderen ist. Also, damit ihr auch nicht durcheinander kommt, einfach die Markierung mit jeder Reihe nach oben setzen. Wie gesagt, ich lege den Faden immer hin und her. Und dann habe ich immer an der passenden Position halt die Markierung setzen. Ich habe hier auch ein bisschen längeren genommen. Reicht mir halt auch ganz gut aus. So, meine Aufnahmen haben damit geändert, dass wir sieben feste Maschen gehäkelt haben und eine Abnahme. Und das haben wir siebenmal wiederholt. Diese Reihe ist bei mir jetzt auch fertig. Die Markierung lege ich wieder so eine Reihe weiter. Und in der nächsten Reihe häkeln wir jetzt sechs feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs und eine Abnahme. Und das wiederholen wir wieder siebenmal. Sechs feste Maschen, eine Abnahme siebenmal wiederholen. So, nachdem wir unsere Reihe mit sechs festen Maschen eine Abnahme siebenmal hintereinander, also fertig gehäkelt haben, setzen wir die Markierung wieder eine Reihe weiter. Und wir häkeln jetzt fünf feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier und fünf und eine Abnahme. Und das wiederholen wir wieder siebenmal. Fünf feste Maschen, eine Abnahme siebenmal wiederholen. So, meine Reihe mit Abnahme ist fertig. Also fünf feste Maschen, eine Abnahme siebenmal wiederholt. Wir versetzen die Markierung wieder eine Reihe weiter. Wir haben jetzt insgesamt 42 Maschen, so als Kontrolle für euch. Bitte fixiert auch diesen Faden hier von innen. Das ist ganz wichtig, nicht vergessen. Also hier habe ich ja schon gemacht. So, und wir häkeln jetzt acht weitere Reihen, je 42 feste Maschen. Also einfach acht Reihen weiter, also acht Reihen nach oben, je 42 feste Maschen häkeln. Und die Markierung mit jeder Reihe nach oben mit versetzen, bitte. Okay? So, dann acht Reihen nach oben häkeln. So, wie ihr seht, ich habe meine acht Reihen nach oben gehäkelt. Also wir sind fertig. Und die Markierung, wie gesagt, ich lege halt den Faden immer hin und her, wandert halt auch mit zur Seite. So, in der nächsten Reihe häkeln wir wieder Abnahmen. Wir häkeln also jetzt vier feste Maschen, also die Markierung wieder eine Reihe weiter und vier feste Maschen. Eins, zwei, drei und vier und eine Abnahme. Und das häkeln wir wieder siebenmal hintereinander. Vier feste Maschen, eine Abnahme siebenmal. So, meine Reihe mit vier festen Maschen, eine Abnahme siebenmal hintereinander ist zu Ende gehäkelt. Wir haben jetzt insgesamt 35 Maschen. Und wir häkeln jetzt eine Reihe 35 feste Maschen. Also, eine Reihe 35 feste Maschen. So, meine Reihe mit 35 festen Maschen ist jetzt zu Ende gehäkelt. Ihr füllt bitte den Körper auf, ja. Also, ihr macht da halt schön schon Füllung rein. Also, dass ihr alles schön halt, ja, erstmal außen auffüllt und dann halt die Mitte. So, wie es üblich ist, wenn man so größere Spielsachen häkelt, dass man wirklich so erstmal die Außenkanten ausarbeitet und dann halt die Mitte auffüllt. Achtet bitte da drauf, sonst wird es zu klumpig. Also, wenn man halt irgendwie in die Mitte und dann versucht, dann halt irgendwie die Seiten aufzufüllen, wird meistens wellig und, ja, nicht hübsch. Also, ich fühle das bei mir erstmal nicht auf, weil ich weiß noch nicht, was ich mit diesem Teil später hier mache, was ich so separat häkle. Deswegen lasse ich erstmal leer. Aber ihr füllt bitte auf, ja, dass es halt so eine Form ergibt, ja. Dass es halt hier schön ausgearbeitet ist. Ihr seht ja auch hier, das ist alles schön glatt und ebenmäßig. Das ist wirklich wichtig, dass man erstmal so die Außenkanten auffüllt und dann erst die Mitte ausarbeitet, ja. So, dann wollen wir mal weiter. Unsere eine Reihe mit 35 festen Maschen ist zu Ende. Ihr habt auch aufgefüllt. Und wir häkeln weiter. Wir häkeln jetzt 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5 und dann eine Abnahme. Und das wiederholen wir 5 mal. 5 feste Maschen, eine Abnahme, 5 mal wiederholen. So, meine Reihe ist jetzt zu Ende gehäkelt mit 5 festen Maschen, eine Abnahme 5 mal wiederholt. Wir haben jetzt insgesamt 30 Maschen und wir häkeln jetzt eine Reihe 30 feste Maschen. Also, einmal selbstständig bitte, einmal 30, also eine Reihe 30 feste Maschen häkeln. So, meine Reihe mit 30 festen Maschen ist zu Ende gehäkelt und in der nächsten Reihe häkeln wir die Arme rein. Wie folgt, wir brauchen für hier vorne und für hier hinten jeweils 8 Maschen und pro Arm 7 Maschen. Also, der Arm wird halt pro Arm mit 7 Maschen dran gehäkelt. Von meinem Standpunkt, wo ich jetzt bin, muss ich erstmal 9 feste Maschen häkeln. Also, wir brauchen hinten 8, aber ich muss hier 9 erstmal häkeln, bis ich bei dem Punkt ankomme, wo ich meinen ersten Arm dran häkle. Deswegen, bei mir sind es 9. Kann sein, dass es bei euch 10 sind oder 8, können auch 7 sein. Es kommt darauf an, wie stark ihr nach rechts wandert. Auf jeden Fall, bei mir sind es 9 Maschen. Einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. So, wir nehmen jetzt unseren ersten Arm und häkeln den dran mit 7 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, steht passend. Genau, sieht gut aus. Ich zähle nochmal nach bei mir hier, weil das Problem war, ich habe vorhin schon die Arme rein gehäkelt und festgestellt, dass die Kamera nicht lief. Das sah so gut aus und jetzt musste ich aufribbeln und das aufgeribbelte habe ich dann abgeschnitten und neu eingefädelt hier. Und ich hoffe, ich bin mit dem Markierer nicht verrutscht. Aber ich hatte vorhin halt wirklich 9 feste Maschen bis zu dem Beginn des Armes und jetzt muss ich wirklich schauen, ob es wirklich stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hier. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hier. Und 7 beginnt hier. Okay, sieht wohl gut aus. Dann wollen wir mal. So, dann mit 7 festen Maschen den Arm dran häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Und die letzte, die siebte, 7. So, das erste Arm haben wir dran gehäkelt. So sieht es aus. Also bei mir sieht es gut aus, also mittig. Passt. Und jetzt häkeln wir 8 feste Maschen weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und dann häkeln wir den zweiten Arm rein. Auch wieder mit 7 festen Maschen. Markierungen können wir hier rausnehmen, wir brauchen wir nicht. Also gerade an der Stelle. So, 7 feste Maschen. 1, so, das für euch ein bisschen besser zu sehen ist und für mich auch. 2, 2, 3, 4, Fünf Sechs Und die letzte, die siebte So, und dann schauen wir mal, ob es passt Ja, sieht gut aus Oh, Momentchen, da An beiden Seiten, hinten Also sieht alles halt recht mittig aus So, die Arme mit sieben festen Maschen dran gehäkelt jeweils So, und Anfang der Reihe wird jetzt hier sein, wo wir aufgehört haben Und in der nächsten Reihe häkeln wir jetzt Markierung wieder neu setzen Und wir häkeln jetzt zwei feste Maschen Eins und zwei Und einmal verdoppeln Und das häkeln wir wieder Also das wiederholen wir Zehn mal zwei feste Maschen Einmal verdoppeln Zehn mal wiederholen Meine Reihe mit zwei festen Maschen einmal verdoppeln ist zu Ende gehäkelt Wir haben jetzt insgesamt Und vierzig Maschen Wir versetzen die Markierung wieder eine Reihe weiter Und wir häkeln jetzt drei feste Maschen Eins Zwei Und drei Und einmal verdoppeln Und das wiederholen wir wieder Und das wiederholen wir wieder Also nach oben Zehn Reihen Je 50 feste Maschen Die Markierung versetzt Die Markierung versetzt ihr bitte wieder mit jeder Reihe nach oben Weil Bei dem Einhorn hier häkeln wir auch die Ohren rein Damit ihr auch Wieder gut orientieren könnt Wo ihr die Ohren rein häkelt Für diejenigen natürlich Die die halt Wie soll man sagen Rein nähen möchten Ja Brauchen das Brauchen das dann halt nicht Wenn sie nicht wollen Aber ich werde halt die Ohren rein häkeln Dann muss man die halt eben nicht annähen So Also Zehn Reihen nach oben Je 50 feste Maschen So Ich habe jetzt meine Zehn Reihen nach oben gehäkelt Wie man sehen kann Ich habe die Markierung Also den Faden immer hin und her gelegt Das wandert immer so schön nach rechts Wie man sehen kann Und hier habe ich meinen Faden Also noch über So ein bisschen noch Der war nicht so mega lang Wenn ich den halt noch mal so rüberlege Dann Reicht auch nicht mehr Hat gerade so gereicht Für die Zehn Reihen Da sieht man halt Das ist das letzte Verdoppeln Hier V Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Zehn Reihen nach oben So Jetzt nehme ich die Markierung hier raus Also Ziehe ich die raus Und Setze die wieder hier nach oben Wie gesagt Der Faden ist bei mir jetzt langsam zu kurz Fürs hin und her legen Ich habe ich hier auch schon aufgefüllt Wie ihr seht Also es sind auch keine Wölbungen mehr da Es ist alles schön gleichmäßig verteilt Von beiden Seiten So muss es halt aussehen Wie so ein Bier mal ein bisschen So schaut es aus Und das ist wirklich schön fest Wenn man es schon drauf drückt Halt schön fest Wenn man in den Kopf reinschaut Da versucht die Fühlung wieder abzuhauen Muss man ein bisschen so reindrücken So Nächste Reihe In der nächsten Reihe häkeln wir Acht feste Maschen Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Und acht Und machen eine Abnahme Wieder nur an den Vorderschlaufen Und das wiederholen wir bitte Fünf mal Acht feste Maschen Eine Abnahme Fünf mal wiederholen So meine Reihe ist jetzt fertig Mit acht festen Maschen Eine Abnahme Fünf mal wiederholt Und wir haben jetzt insgesamt Fünf und vierzig Maschen Und wir versetzen die Markierung Eine Masche weiter Also Eine Masche Eine Reihe weiter Und wir häkeln jetzt Eine Reihe Fünf und vierzig Feste Maschen Also eine Reihe Fünf und vierzig feste Maschen So meine Reihe mit Fünf und vierzig festen Maschen Ist jetzt zu Ende gehäkelt Wir setzen die Markierung Eine Reihe weiter Und in der nächsten Reihe Häkeln wir Sieben feste Maschen Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Und sieben Und dann eine Abnahme Und das wiederholen wir wieder Fünf mal Sieben feste Maschen Eine Abnahme Fünf mal wiederholen Meine Reihe ist jetzt zu Ende Mit sieben festen Maschen Eine Abnahme Fünf mal wiederholen Wir versetzen die Markierung Eine Reihe weiter Wir haben jetzt insgesamt Vierzig Maschen Und wir häkeln jetzt Zwei Reihen Je vierzig feste Maschen Also zwei Reihen Nach oben Je vierzig feste Maschen häkeln Nachdem wir unsere zwei Reihen zu Ende gehäkelt haben Also je vierzig feste Maschen So zwei Reihen habe ich Die Markierung sitzt auch hier Setzen wir die Augen rein Die Augen sind 24 oder 25 Millimeter Also geht beides Und wir setzen die wie folgt Wir zählen von oben fünf Reihen runter Eins, zwei, drei, vier, fünf Und zwischen fünfte und sechste Reihe Setzen wir die Augen rein Und zwischen den Augen Der Abstand beträgt Sechs bis sieben Maschen Also bei mir sieht es ungefähr so Wie sieht es wie Sechseinhalb aus Wenn ich halt so schaue So zähle Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Und da Schaut noch so ein bisschen halb raus Wenn ich das so zusammenlege Sieht man auch hier von den Kanten hier Dass der Abstand auch gleichmäßig ist Also richtet eure Augen aus Also wie gesagt Fünf Reihen runter Und sechs bis sieben Maschen Hier Abstand zwischen den Augen Und die Augen werden zwischen die fünfte und sechste Reihe Also von oben gezählt, reingesetzt So, Augen reinsetzen, befestigen Das mache ich jetzt nicht vor der Kamera Weil ich habe ja diese schweren Verschlüsse hier Und die gehen wirklich sehr schwer rein Und das mache ich dann gleich Ihr müsst ja nicht zuschauen, wie ich mich abquäle So, und in der nächsten Reihe Also wenn wir die Augen reingesetzt haben Häkeln wir Also die Markierung nach oben versetzen Und es wird jetzt Sechs feste Maschen gehäkelt Eins Zwei Drei Vier Fünf Und sechs Und dann häkeln wir eine Abnahme So, und das wiederholt ihr wieder bitte Fünfmal Sechs feste Maschen Eine Abnahme Fünfmal wiederholen So, meine Reihe mit sechs festen Maschen Eine Abnahme Fünfmal wiederholt ist zu Ende gehäkelt Ich habe auch meine Augen befestigt, wie ihr seht Da sind schon eingearbeitet So sieht es aus bei mir Habe auch mein Nagellack total vermagelt Bis ich sie hier drin hatte So Die nächste Reihe Wir versetzen die Markierung wieder eine Reihe weiter Und wir häkeln jetzt Fünf feste Maschen Eins Eins Zwei Drei Drei Vier Und fünf Und eine Abnahme Und das häkeln wir wieder Oder wiederholen wir wieder Fünfmal Fünf feste Maschen Eine Abnahme Fünfmal wiederholen So Meine Reihe mit Abnahme ist fertig Also Die Reihe mit Fünf festen Maschen Eine Abnahme Fünfmal wiederholt Und in der nächsten Reihe Häkeln wir die Ohrenreihe Die Ohren werden so reingehäkelt Also pro Ohr Fünf Maschen Also hier an der Seite Vorne lassen wir zwölf Maschen Und hinten acht Also ihr könnt das so ausrichten Falls ihr mit mir mit der Markierung nicht mitgewandert seid Sondern steht irgendwie jetzt anders Hier hinten oder so Damit ihr Bescheid wisst Also hier vorne zwölf Pro Seite fünf Und hinten acht So Diejenigen natürlich die die Ohren dran nähen Häkeln einfach eine Reihe Diejenigen die Ohren reinhäkeln Häkeln mit mir mit Die Markierung setzen wir eine Reihe weiter Und wir nehmen das erste Ohr Und häkeln das mit Fünf festen Maschen dran Man müsste eigentlich jetzt passend stehen So theoretisch Wenn nicht dann müsste halt irgendwie Maschen zurückgehen Also zwei Drei Vier Und fünf So das erste Ohr habe ich dran gehäkelt So Und wir häkeln jetzt hier acht feste Maschen Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Und acht Dann nehmen wir das zweite Ohr Und häkeln das auch mit Fünf festen Maschen dran Eins Zwei Drei Vier Und komm her Und fünf Und fünf So Und so sieht es aus Die Ohren sind ein bisschen zurückversetzt Und uns bleiben noch zwölf feste Maschen So Und das war das Ohr Und dann Und dann Und dann Und dann Und dann Und dann Die richtige Masche erwischen Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Neun Zehn Helf Und Zwölf So Und da haben wir unsere Ohren reingehäkelt Nachdem wir die Ohren reingehäkelt haben Den Kopf bitte auffüllen Habe ich jetzt auch schon gemacht So sieht das aus Hier ein bisschen breiter Nach außen Ne Also erstmal so die äußeren Konturen auffüllen Und dann die Mitte Und das wird nach oben so schmaler gleich Ne Also zulaufen sein Sieht so ein bisschen wie so ein Alien gleich aus Aber Macht nix So Erinnert jetzt ein bisschen so ein Schäfchen So Und Bitte Einmal diese Fädenchen Also fixieren Von den Ohren Wie folgt Das ziehen wir hier rein Also ein bisschen stärker Hier reinziehen Und Hier ist die Masche wo es rauskommt Und dann gehen wir Eins Zwei So über nächste Masche Und das anziehen Und auf Spannung Dann häkeln So an der Innenseite der Masche Also nicht durch die gesamte Masche Sondern hier nur die eine Masche aufnehmen Und dann halt auf Spannung Dran häkeln Damit diese Fäden Also nicht mehr rauskommen So Jetzt kürze ich ein bisschen So lang hier So Und das bleibt dann drinnen Und den zweiten Faden von dem zweiten Ohr genauso Mal rausnehmen Und dann anziehen Dass das Knötchen hier Dieser Anfangsknoten halt hier rein kommt Und dann Eins Zwei Weiter Und Eins Zwei Drei Die Masche Und von innen halt die Halbe Masche aufnehmen Manchmal leichter gesagt Als getan So Anziehen Und auf Spannung Und dann so Aber mit Jetzt mit Kettmaschen Oder mit Luftmaschen Nach oben fixieren Das habe ich schon In einigen Meinen Videos gezeigt In einigen Videos So wie es geht Aber ich zeige das für euch nochmal Falls Manche mit mir halt das erste Mal häkeln So Also man sieht es halt Dass die Ohren ein bisschen zurückversetzt sind Und das muss auch so sein Und hier haben wir mehr Hier vorne haben wir mehr Fläche So Und die Markierung natürlich ist hier Bei dem Ohr Da wo die war So Nächste Reihe Wird langsam riesig hier Der ist auch nicht klein So Einmal die Markierung nach oben versetzen Also eine Reihe weiter Und in der nächsten Reihe Häkeln wir Vier feste Maschen Eine Abnahme Und das Wieder fünfmal Also Eins Zwei Drei Und vier Und eine Abnahme Und das Wiederholen wir wieder Fünf Mal So meine Reihe mit Vier festen Maschen Eine Abnahme ist zu Ende gehäkelt Die Markierung mit einer Reihe nach oben gesetzt Also das haben wir fünfmal wiederholt Die Markierung Reihe höher Und dann häkeln wir jetzt Drei feste Maschen Eins Zwei Und drei Und eine Abnahme Und das wird wieder Fünfmal wiederholt Drei feste Maschen Eine Abnahme Fünfmal wiederholen So Meine Reihe mit Drei festen Maschen Eine Abnahme ist zu Ende gehäkelt Wir versetzen die Markierung Eine Reihe weiter Und wir häkeln in der nächsten Reihe Zwei feste Maschen Eins Und zwei Und dann eine Abnahme Und das wiederholen wir wieder Fünfmal Zwei feste Maschen Eine Abnahme Fünfmal wiederholen So meine Reihe mit Zwei festen Maschen Eine Abnahme ist zu Ende gehäkelt Also fünfmal wiederholt Bitte füllt den Kopf gut auf Das ist halt Ich kann hier kaum schon Kommt reindrücken Und es soll halt So eine Form kriegen Männchen Damit ihr das seht Das geht so wirklich So spitz nach oben Das muss auch so sein Also macht hier nicht So einen breiten Schädel Sondern das muss so spitz Nach oben verlaufen Weil Hier Seht ihr Dadurch dass ich so spitz Nach oben falle Fies der Horn Und dann kriegt sich halt dadurch Auch diesen Ja Dieses Gesichtchen halt Es muss so spitz sein Weil wenn noch die Mehl dazu kommt Dann passt alles zusammen Also bitte Den Kopf hier nicht Irgendwie Versuchen hier irgendwie Rund zu machen Oder auseinander zu ziehen Das muss wirklich so spitz Nach oben zu laufen So deswegen machen wir auch Fünf Abnahmen Keine sechs Oder sieben Sondern nehmen langsam ab Damit es halt eben so Spitz nach oben geht So die nächste Reihe Ist eine feste Masche Und eine Abnahme Und das wiederholen wir wieder Fünf mal So meine Reihe ist jetzt zu Ende gehäkelt Mit einer festen Masche Eine Abnahme Und jetzt machen wir nur Fünf Abnahmen noch Und dann Ja Haben wir hier zu Ende gehäkelt Also fünf Abnahmen Einfach hintereinander Eins Zwei Drei Vier Und Und Fünf So Da haben wir schon den Kopf zu Ende gehäkelt Eine Fettmasche Und Ein bisschen länger entfallen lassen Also bitte nicht zu kurz abschneiden Weil Wir brauchen den halt hier Um noch Zu vernähen Also Diese Öffnung hier Und Dann Zeige ich euch Auch Wie Dann werden wir den hier auch noch verstecken Halt zusammen Damit er auch nicht mehr rauskommt So sieht es aus So Ganz spitz Die Öhrchen gucken hier So Als nächstes Nähen wir halt Die Schnuttel hier an Also das hier Das nähen wir als nächstes an Dann Ja Nehmt eure Nähgarn auf Ich kann schon mit mir reden So Einmal Nähdeln nehmen Nähgarn Und Wir nähen gleich So Ich habe jetzt für euch Die Markierungspunkte gesetzt Wie wir die Schnutter annähen werden Also Wenn man so schaut Hier oben Kommt ihr Zack Zack Das ist unser erster Markierungspunkt Wenn man sich das Auge anguckt Wir haben ja hier Hier eine Reihe Zweite Reihe Und in dieser Zweite Reihe Hier von oben gezählt Setzen wir den ersten Markierungspunkt Und darunter fangen wir auch an Daran zu nähen Ja So Und Die Markierungspunkte an den Seiten Sind ungefähr so Die Hälfte von dem Auge Also rechts und links Ja Die Schnutter nähen wir so an Die wird so ausgerichtet So gesehen Hier ein bisschen Spitz nach vorne Also bis zu der Markierung An den Augen vorbei Und dann hier an den Seiten Wird so ein bisschen Quasi breiter Zu diesen Markierungspunkten Wo es halt bei den Augen vorbeiläuft Und dann natürlich einfach so Schmal Drumrum Nähen So wie es ist Ja So sieht es aus Wie gesagt Und als erstes Haben wir ja Die Unterlipper hier Aufgefüllt Da seht ihr auch Dass diese Wölbung Nach innen geht Ja Wenn ihr zuerst So gesehen halt Das große Teil auffüllt Dann drückt es zu sehr nach außen Und dann sieht es halt nicht schön aus Also deswegen zuerst halt Dieses kleine Teilchen auffüllen Und dann im Laufe der Arbeit gleich Also wenn wir dran nähen Füllen wir das hier auch auf So Sucht für euch halt die Mitte aus So zusammenlegen Und schauen wo die Mitte ist Und das ist meine Mitte in der Masche Gehe ich so mit der Nähnadel rein Wieder raus Also so Masche versetzt Und ich habe hier am Ende einen Knoten Und so fixiere ich den Faden Ob ich den Knoten noch rausgekommen Warum auch Hey Vorführeffekt Nenn sie das Rein da Der Knoten soll drin bleiben Draußen Jetzt So Jetzt habe ich hier meine Mitte Und da fange ich jetzt an An zu nähen Gehen hier beide Bei der Markierung rein So gesehen Wir nähen wie immer Masche für Masche Also eine Masche hier An der Schnutte nehmen Und eine Masche am Gesicht Und dann ist man eigentlich Recht passend So So eine Masche hier schnappen Anziehen Und dann die nächste Masche Hier An dem Kopf Und so nähen wir wieder Masche für Masche dran Hier nähen wir so gesehen halt so schräg Dass es halt hier so ein bisschen Spitzer zu läuft hier oben Wo wir halt hier an dem Augenreich Vorbeigehen werden Damit dieses Teil auch richtig sitzt Also Hier am Auge vorbei Entschuldigung Entschuldigung Musste kurz unterbrechen Ähm So Wo waren wir ja Hier am Auge Na dran Schnappen wir so eine Masche Und Nähen weiter Wieg dich ganz nah am Auge vorbei So gut es geht Masche für Masche Und dann So, seht ihr? Das geht ganz nah am Auge vorbei. So, jetzt näht ihr bitte halt von der Markierung bis zu der Markierung, also hier so drumherum. Und wenn ihr bei der Markierung hier ankommt, sehen wir uns. So, ich habe jetzt so drumherum genäht bis zu der Markierung hier, da ist mein Markierungspunkt. Und ich habe jetzt mit etwas Füllung aufgefüllt. Macht das bitte auch, also durch diese Öffnung ein bisschen auffüllen, die Schnutte so ein bisschen noch in Form bringen mit der Füllung. Und dann näht ihr bis zum Schluss einmal selbstständig weiter, genauso wie heute hier, dass es ein bisschen so spitzer läuft. Und ja, das macht ihr auch selbstständig wieder, so Masche für Masche, wie vorhin. Und hier sieht es ja auch so aus, man näht hier an der äußeren Kante dran. Also auch nicht irgendwo hier, Mitte, sondern wirklich so außen alles. Geht halt so die gesamte Runde. So, und sehen wir halt, treffen wir uns hier bei dem Punkt, damit man halt jetzt auffüllen kann und dann weiter nähen. Bis gleich. So, ich bin jetzt am Ende hier angekommen. Ich nehme die Markierung raus. Und, ups, aua, ich habe mich aufgepüxt. So, und wir machen hier halt Knoten. So, eins. Und dann gehen wir halt weiter an die Seite raus. So, und machen hier an der Seite auch noch einen Knoten. Einfach so mehrfach Knoten machen, verschiedene Stellen verteilen. Damit, falls sich eins löst, dass das wirklich sicher ist, dass es, also, auch alles zu bleibt und nicht mehr aufgeht. Das mache ich immer vorsichtshalber, lieber ein Knoten mehr als zu wenig. So, und dann gehen wir hier. So, die Schnutter haben wir angenäht. So sieht das aus. Also, die werden wir ja gleich, also, oder später noch ein bisschen in Form bringen. Ich muss die Füllung noch ein bisschen hier ordentlicher verteilen, weil das ziehen wir hier ein bisschen rein. Dann, wenn wir das machen, dann sieht es halt so aus, dass es halt hier ein bisschen reingezogen ist. Dann bekommt ihr halt so ein bisschen, ja, Pferdchen-Gesicht. So, dann fädelt bitte neuen Faden auf, falls euer nicht lang genug ist, weil wir nähen jetzt noch den Horn an. So, ich habe jetzt meinen neuen Nähgarn aufgefädelt. Diejenigen, die umhäkelt haben, also, und wir haben ja hier so einen Rand jetzt. Gehe ich hier rein, mache hier so gesehen halt am Rand hier einen Knoten, dass es schön fest ist. Dann suche ich mir eine Stelle, wo ich das dran nähen möchte und, dass es mittig sitzt und passt. Das bleibt euch selbst ein bisschen überlassen, wo ihr halt, ob ihr das tiefer oder höher setzen wollt. Das ist, finde ich, immer ein bisschen Geschmackssache. So, mal gucken. Bei mir nähe ich den hier dran. Da sind ungefähr von den Augen, eins, zwei, drei, vier, so in der fünften Reihe von den Augen entfernt, mit da dran genäht. Also mittig setzen, dass es halt auch mittig ist und auch schauen. Und dann nähen wir auch wirklich so wieder Masche für Masche dran. Wir schnappen hier von unten, so diese Masche hier. Und wenn wir das hier anziehen, verschwindet dieser blaue, also dunkelblaue Streifen. Und ich mache jetzt die Masche. So, schön anziehen. Und dann die nächste Masche schnappen und anziehen. Diejenigen, die sich halt nicht sicher sind, ob sie mittig annähen oder nicht, die setzen für sich einfach, ja, Markierungspunkte. Halten den Horn dran und dann halt. Setzen sich Markierungspunkte und dann nähen von Markierungspunkt zu Markierungspunkt. Und das funktioniert dann auch ganz gut. Dann ist man dann auch mittig. Wenn alles so dran genäht und dran gehäkelt ist, bleibt man überall hängen mit dem Faden. Und dann ist man überall hängen mit dem Faden. Und dann ist man überall hängen mit dem Faden. Und dann ist man überall hängen mit dem Faden. Und dann ist man überall hängen mit dem Faden. Und dann ist man überall hängen mit dem Faden. Und dann ist man überall hängen mit dem Faden. Und dann ist man überall hängen mit dem Faden. Und dann ist man überall hängen mit dem Faden. Und dann ist man überall hängen mit dem Faden. Und dann ist man überall hängen mit dem Faden. Und dann ist man überall hängen mit dem Faden. Und dann ist man überall hängen mit dem Faden. Da sieht man ganz gut, dass dieser dunkelblaue Streifen da verschwindet, weil man halt immer wieder die Maschen so gesehen anzieht und dann verschwindet der dunkelblaue Streifen. So, das näht ihr jetzt zu Ende selber dran, bis gleich. So, den Horn habe ich dran genäht, so sieht es aus. Und man sieht es halt, dass dieser dunkelblaue Streifen komplett verschwunden ist. Dadurch, dass man halt Masche für Masche dran näht und das halt anzieht, ja, macht er so eine Biege nach innen und dann bleibt nur diese wuschelige Umrandung über. So, als nächstes machen wir das jetzt so. Ups, ja, auf jeden Fall eine Wollnadel nehmen oder das, was ihr habt, wo die dicke Wolle halt durchpasst. Einmal einfädeln und so Masche für Masche aufnehmen. So, anziehen. Dann einmal hier durch und dann durch die Füllung durch und wir gehen hier an der Seite raus mit dem Faden. Ups, das war ja klar. So, und da raus. Ein bisschen anziehen und so lassen. Und der Faden bleibt erstmal hier. Weil wenn wir gleich die Mähne raussegeln und so weiter, da entstehen ja am Anfang und am Ende auch ein Faden. Und die ziehen wir genau zu dem Punkt dann später raus. Also von unten und von oben. Und dann verknoten wir die Ahle und dann bleibt es richtig schön fest und, ja, verknotet, ohne dass es halt wieder rauskommt. So, wir haben jetzt alle Teile dran genäht. So sieht er halt aus und alles rein gehäkelt. Und als nächstes machen wir die Mähne. Wie folgt. Ihr nehmt halt euren Faden, den ihr für die Mähne vorgesehen habt. Diejenigen, die mit mir das Pferdchen gehäkelt haben, die, also bei dem hier ist die gleiche Technik, wie man die Mähne raushäkelt. Wir fangen durch hier halt vorne an am Horn oder halt die Seite, es ist egal, also rechts oder links. Und umhäkeln erstmal so um den Horn, so drum rum, die Mähne. Sucht euch einen Punkt, wo es halt anfangen soll, wo ihr das möchtet. Bei mir wird es hier sein. Ich starte hier. Na, wenn es geht. So, hier starte ich. Da, von der Seite. Und lasse ich hier am Anfang längeren Faden. So, damit ich den später halt hier hin rüberziehen kann. So, ja, das geht. So, mache eine Kettmasche. Dann ist halt alles hier fixiert mit der Kettmasche. Und bei dem Einhorn häkeln wir 50 Luftmaschen nach oben. Also häkelt jetzt bitte 50 Luftmaschen. So, meine 50er Luftmaschenkette ist fertig. Und wir häkeln jetzt in die zweite Masche von der Häkelnadel entfernt Kettmaschen. Und wir häkeln so die Kette entlang, in jeder Masche, eine richtig schöne feste Kettmasche. Die Luftmaschen sollten nach oben locker gehäkelt sein und die Kettmaschen zurück fest. Und wenn man das macht, entstehen halt Löckchen. Da, so wie bei der hier. Seht ihr. Ne, lockere Luftmaschen und richtig schön feste Kettmaschen zurück. Und von den Kettmaschen häkeln wir 49 Stück bis zum Schluss. Also, mit der zweiten Masche von der Häkelnadel entfernt halt anfangen mit Kettmaschen. Und wir häkeln 49 Kettmaschen, so diese Luftmaschenkette entlang bis zum Schluss zurück. So, ich habe meine Kettmaschen jetzt bis zum Schluss gehäkelt. Ihr seht, es dreht sich. Wie gesagt, schön feste Kettmaschen nach oben. Und wenn man so sieht, halt meine erste Strähne beginnt hier. So, und wenn man fertig ist, dann geht man hier in die Masche daneben. Ja, also hier Maschen daneben. Und wir häkeln hier wieder eine Kettmasche rein. Fixieren quasi, so gesehen damit alles. Und wir häkeln jetzt wieder 50 Luftmaschen nach oben und 49 Kettmaschen zurück. Und von diesen Strähnen hier vorne macht ihr, weiß ich nicht, also es kommt darauf an, wo ihr halt hier am Horn an der Seite angefangen habt. Dass es halt symmetrisch aussieht, geht ihr halt, also häkelt ihr so drumherum, bis zu dem Punkt, dass es halt passt. Ich glaube, bei mir werden es hier, ja, vier Stück sein. Bis hierhin. Also ich denke mal, ich werde hier hinter dem Horn halt vier Stück häkeln. Und dann, ja, gehe ich dann halt Reihe tiefer und dann umhäkel ich halt so drumherum weiter. Und dann so und so und so und so. Und dann häkeln wir so, ja, Strähne für Strähne rein. Und das ist so gesehen halt wie ein Zickzack. Bei dieser hier, wenn man so schaut, ich habe hier ein bisschen tiefer angefangen, glaube ich. Aber man sieht halt, da ist die Linie. Eins, zwei, drei, vier. Die hat auch hier vier Strähnen vorne. Und dann, wenn ich die halt wegbiege, die fünfte macht hier eine Biege. Also die geht halt nach hinten, hier zurück. Und dann geht es nach da. Und dann in der nächsten, also hier sind auch vier Strähnen. Und die nächste macht halt wieder die Biegung nach da und dann wieder so gehäkelt. Also hier sind ein, zwei, drei, vier auch. Also jeweils vier Strähnchen. Und dann ist wieder eine, so gesehen eine Reihe tiefer geht es. Und wieder die Reihe zu Ende häkeln. Und dann wieder nach da. Und das ist halt wirklich so eine Wellenlinie halt runter. Bei mir ist es halt bis hierhin noch gehäkelt hier. Weil bei diesem Einhorn, sage ich mal, bei meinem hier, reicht es mir vollkommen aus. Also sieht man halt, die Mähne fällt bis hierhin, bis wo das Schwänzchen anfängt. Und da müsst ihr für euch selbst überlegen, wie lange ihr die Mähne haben wollt. Wenn ihr sagt, ihr wollt kürzere Strähnen, dann macht ihr halt weniger Maschen, dann 40 Maschen oder so. Wenn ihr längere halt Strähnen haben möchtet, häkelt ihr halt mehr Maschen. Und die Menge der Strähnen halt bestimmt ihr selber. Also wie viel ihr haben wollt. Wie, soll ich mal sagen, soll ich sagen, halt wie voll und dün eure Mähne sein soll. Das entscheidet ihr selber. Bei mir sind hier bei diesem Einhorn eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier sind nur sechs Reihen. Also das ist gar nicht so viel. Bei dem Pferd waren es mehr. Aber da waren auch die Strähnen halt kürzer. Und ja, also die fielen halt anders. Und bei diesem hier ist es wirklich, ne, fehlt, also dadurch, dass die so schön lang sind und sich schön drehen, hat man wirklich ausreichend Mähne hier. Deswegen überlegt euch selber, wie viel Reihen halt ihr häkelt, also hin und her. Wie gesagt, ich habe hier jemals vier, also hin und her gehäkelt. Ich könnte auch fünf hin und her häkeln oder sieben. Das ist, wie gesagt, das bleibt jedem selbst überlassen. Seid ein bisschen kreativ. Ja, auf jeden Fall mit lockeren 50 Luftmaschen nach oben und 49 Kettmaschen zurück, schön fest. Und dann durch bekommt ihr halt solche schöne Locken. Dann häkelt ihr die Mähne bitte so, also hin und her zu Ende. Bei dem Schwänzchen hier sind, also die Strähnen sind so im Kreis gehäkelt. Also man fängt hier in der Mitte an und dann so drumherum, hier gehäkelt man die Strähnchen. Damit es punktuell bleibt und nicht in einen Zickzack geht. Da sieht man halt, das ist wie so ein Kreis. Hier sind, glaube ich, 40, glaube ich, hier sind 40 Luftmaschen. Genau, 40 Luftmaschen und 39 halt zurückhekeln. Habt ihr etwas kürzere Strähnen. Und hier sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier sind acht Stück insgesamt. Das bleibt auch selbst überlassen, wie viel ihr häkeln wollt. Also wie voll das sein soll oder halt eben nicht. Und wie lang. Ihr könnt ja auch die Strähnchen halt länger machen. Das ist auch eure Entscheidung. So, dann sehen wir uns, wenn wir die Mähne gehäkelt haben und das Schwänzchen. Die Fäden, natürlich diejenigen, die das selber halt verbinden können, könnt das schon halt machen. Und ansonsten zeige ich euch, wie ich das tue, wie ich das alles verstecke, damit es auch schön vernünftig drin bleibt und nicht mehr rauskommt. Also häkelt die Mähne, häkelt das Schwänzchen. Also 50 Luftmaschen bei der Mähne und 40 Luftmaschen bei dem Schwänzchen hier bei den Strähnen. So, dann bis gleich. So, ich habe meine Mähne zu Ende gehäkelt. So sieht die aus bei mir. Und das Schwänzchen ist auch schon dran gehäkelt. So, für die Mähne hatte ich ja 50 Luftmaschen aufgenommen gehabt. Und für den Schwanzsträhnen hier 40. Ich habe nur festgestellt, dass bei diesen hier, hier, ich habe hier, kann sein, dass ich irgendwie 35 hatte. Wahrscheinlich. Ich habe 40 notiert, ich denke mal, weil ich halt das irgendwie länger haben wollte. Und hier sind mehr Strähnen als hier, weil ich fand das halt, wo es so lang war, dass man gar nicht so viele Strähnen benötigt hat. Also daher habe ich dann auch weniger gemacht. Das muss man wirklich während der Arbeit entscheiden, wie viel brauche ich. Wie sieht es gut aus für einen selbst. Und da kann man für sich selber überlegen, wie viele Strähnen man überhaupt häkelt. So, dann wollen wir mal diese ganzen Fäden hier jetzt befestigen. Wir haben hier den hellen Faden von dem Kopf. Und wir tun jetzt diese hier zu dem Faden hier. Ich nehme hier mal kurze. Also bin ich in Wollnadel. Und einmal aufwiedeln. Zack. Na. Jetzt. Dann suche ich mich hier eine Stelle, wo der Faden rein kann. Also bitte nicht hier, sondern da in der Menge, dass es versteckt ist. Und gehe aus der gleichen Öffnung hier raus, wo der weiße Garn hier rausguckt. Also der helle. Achtet bitte darauf, dass nicht irgendwie Maschen versetzt ist. Weil wenn wir später das verknoten und ihr habt eine Masche dazwischen, dann kriegt ihr das hier nicht mehr versteckt. Also bitte darauf achten, dass es aus der gleichen Öffnung rauskommt. So, einmal anziehen. Das erste Hand hier. Und hier am Anfang haben wir ja noch eine. Hier nehme ich ein bisschen längere Nadel. Suche ich mir auch hier eine Stelle. Also nicht direkt, wo dieser Faden rauskommt, sondern so Masche versetzt. Gehe ich hier rein. So, kann man gut sehen. Und gehe mit der Nadel auch aus der gleichen Öffnung raus, wo die anderen beiden sind. Zack. Weil hier ist ein bisschen kürzer bei mir und die Nadel ist lang. Und mit der ganz kurzen Wollnadel ist es eine Quälerei. Also daher. So. Einmal uffädeln. So. Diejenigen, die das halt schon können und das schon gemacht haben, können ja vorspulen. So. Oh, das gibt es doch nicht. Das will nicht, das will nicht. So, jetzt. So, und dann mal auch rausziehen. So, fertig. Nochmal kontrollieren, ob wirklich alle drei aus der gleichen Öffnung rauskommen. Dass da keine Masche zwischen ist. Und wir tun alle drei jetzt einfach verquoten. Miteinander. Mehrmals. Nachdem wir das alles verknotet haben, die überstehenden halt abschneiden. Und, ähm, ja, so. Das hier reinziehen. Na, kommt schon. Bisschen falsche Ecke. So. Und so haben wir die versteckt. Und es kommt auch nix mehr raus. Und, äh, es lösen sich auch nirgendwo Fäden. Ähm, war's ganz gut. So, wie es geht halt. Ich hab die Mähne nur bis hierhin gemacht. Ne? Also gehäkelt. Und, ähm, wenn die so nach hinten geht, ist das, irgendein Blick hin, so. Ist das vollkommen ausreichend. Na, hat sich genug, äh, ja, streben da. So. Ähm, weiter im Text. So, diese Fäden hier. Also wieder auffädeln. Dann wieder hier so eine Masche versetzt rein. Und, ähm, durch die Führung bitte durch. Ja? Und hier so seitlich rausführen. Aber wirklich schön durch die Fühlung durch. So. Und dann, ähm, hier ist unsere zweite. Also nicht oberflächlich, ja? Wirklich durch die Fühlung. Weil, äh, wenn wir das gleich verknoten, wird die Fühlung als so ein Stopper, ähm, ja, funktionieren. Dass die Fäden nicht wieder rauskommen. Und dann halt wieder aus der gleichen Öffnung hier raus. Und auch, ne? Bin halt mit der Nadel so rein und Fühlung mitgenommen. Und dann durch die Fühlung durch. So, anziehen und wieder schön miteinander verknoten. Mehrfach. So, das überstehen und abschneiden. Und, ähm, na komm, ja. das hier reinziehen. So hat man wirklich sicher alles versteckt und verstaut. Ohne, dass es, ähm, ja, irgendwie rauskommt oder sich löst oder was auch immer. Muss ja alles nicht sein. So, als nächstes machen wir jetzt, äh, äh, hier die, ähm, äh, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die Nasenlöcher und die Augenbrauen. Fiedel bitte meinen schwarzen Garn auf. So, ich hab meinen Faden aufgefiedelt. Und wir fangen an. Ich geh hier hinten durch den Kopf durch. Wir suchen mir eine Stelle. Und, ähm, wir machen etwas längere Augenbrauen. Also, Faden, also ich hab hier keinen Knoten gemacht am Ende. Ich lass nur so ein Stückchen raus. So. Damit ich genug habe zum Verknoten gleich. So. Und, ähm, wie gehen, also wo das Auge hier anfängt. Die Reihe. Diese Reihe. Und dann zählen wir 1, 2, 3, und, äh, da endet meine Augenbraue. So. Und dann geh ich bei der anderen Seite, also, auch an der gleichen, also, so hier symmetrisch raus. Gleiche Höhe. Nach Möglichkeit. So. So. So schaut's aus. Das ist so ein bisschen längere Augenbrauen. Und auf der anderen Seite machen wir das Gleiche. So, das ist die. Wie. Das ist eine Reihe Höhe. Ein bisschen zu tief. Glaub ich. Zack. Muss ich mir so angucken. Passt. So, gut. So, und dann wieder... Ich glaube, sieht gut aus. Wieder hier zählen 1, 2, 3. Von dieser Kante hier. Da orientieren wir uns. Und dann 1, 2, 3. Und da gehen wir halt in der Nadel rein. Da wicke ich mal an der Seite raus. Und ziehen das an. Und da ist die zweite Augenbraue. So schaut es aus. Sieht ein bisschen freundlicher aus. So, und jetzt besticken wir die Schnauze. Also, wir haben hier unseren ersten Kreis, zweiten Kreis, dritten Kreis. Und bei dem dritten Kreis hier gehen wir raus. Und dann zählen wir so 1, 2, 3, so die vierte Reihe nach oben, ungefähr. Ja, und dann müssen wir hier so Striche gleich machen. So, und diese Striche nehmen, gehen wir so ungefähr, ja, drei, vier Maschen runter. Und wieder so hier vorne oben raus. Und wir gehen dann symmetrisch auf die andere Seite raus. Achtet da drauf, dass es halt von der Höhe passt. Das muss ich selber mir auch gerade angucken. Es ist ganz wichtig, dass die Höhe und die Entfernung passen. Sonst habt ihr ein schiefes Pferdchen. Oder besser gesagt, schiefes Gesicht. Dann auf der anderen Seite das Gleiche. Na, guck mich an. Sieht gut aus. Ich mache hier vorne, also oben, auch noch einen Knoten rein. Ziehe das ein bisschen an. Und das schaut schon so aus, dass es hier ein bisschen einzieht. Und dann gehen wir hier nach unten, also drunter. Komm her. Zack. Und mache ich hier unten so ein paar Knoten. Und dann auf die andere Seite. Ziehe das ein bisschen an. Also, dass diese Knoten hier auch so bleiben. Aber ein bisschen anziehen. Und das Gleiche auf der anderen Seite. Und dann gehen wir hier mal so. Okay. Und dann gehen wir diese Knoten. Und dann gehen wir hier mal so. Und dann gehen wir hier oben. dann wieder durch nähen auf die andere Seite und dann wieder auch ein bisschen anziehen. So, dass es halt diese Bereiche so ein bisschen zusammengezogen wird. Natürlich darauf achten, dass diese Knötchen nicht mit reingezogen werden. So, und nun gehe ich wieder zurück mit der Nadel bei der Öffnung hier, fast getroffen, wo der schwarze Faden rausguckt, ziehe das rein, schneide das hier ab, und verknote das Ganze. Ich bin heute noch nicht ganz wach, Leute. So, aber ich nutze die Zeit. Und so, haben wir reingezogen. So sieht es halt da aus, ne? Also hier ein bisschen reingezogen und die Augenbrauen sind auch schon bestickt. Rechts, links. So, und uns bleibt noch jetzt, also wir machen jetzt nur noch die Augenlider und die Wimpern. Und dann haben wir es schon geschafft. So, als erstes nehmen wir halt den hellen Garn und bitte hier ein längeres Stück hinlassen, also vom Faden am Anfang. Also nicht irgendwo hier anfangen, weil wir brauchen die Länge, um die Augenlider zu fixieren. So, wir nehmen jetzt eine Luftmaschenkette auf, aus sechs Luftmaschen, also und, wie sagen wir so, schön gleichmäßig bitte die Häkeln. Nicht irgendwie eine größer, eine, ja, kleiner, sondern nach Möglichkeit halt schön gleichmäßig. Ich habe jetzt so einen Knoten gemacht und dann sechs Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. So, wir schneiden ab, auch längeren Faden hier lassen auf der Seite, das halt so ausschaut. Und davon bitte zwei Stück. Ich mache jetzt auch mein zweites. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. So, und da haben wir die schon fertig. So, dann überlegt ihr euch, wie ihr das ums Auge legen wollt. Also, ob es hier sein soll oder da oder halt ein bisschen Männer hinten, also das Augenlid. Also sucht für euch halt so Punkte, Orientierungspunkte, wo ihr das reinsetzen möchtet. So, bei mir fängt es halt hier an. Dann möchte ich halt den ersten reinsetzen und das ziehe ich hier raus. Und dann geht es halt so ums Auge. Wie gesagt, das könnt ihr euch selber überlegen, wie hoch oder wie tief oder wie weit ihr das machen wollt. So, und dann gehe ich hier nicht durch die gleiche Öffnung raus, sondern halt daneben. So, und dann einmal anziehen. Und so haben wir schon unseren ersten Augenlid halt fertig. Weil wir werden halt diese Fäden so befestigen. So gesehen, das ist das hier von vorne. Dann befestigen wir mit dem Faden von vorne das hier, das kommt halt da raus. Und das ist halt der Faden von hier hinten. Und das von dem zweiten Auge und der Faden von hinten kommt hier oben raus. Also dass wir so gesehen beide Fäden von oben zusammen verknoten und dann die beiden Fäden von unten zusammen verknoten. Diejenigen, die mit mir schon das Pferdchen gehäkelt haben, haben wir schon so die Technik und die Methode gesehen, wie ich das halt befestige. So, das erste haben wir. Und das zweite Lid ziehen wir jetzt auch rein. So, das macht ihr jetzt selbstständig, ich auch. So, da seht ihr, ich habe meine Augenlider jetzt befestigt. Bitte achtet darauf, dass die auch gleichmäßig befestigt sind. Also sprich also, dass hier die Entfernung auch passt. Und ja, da sind meine beiden Fäden von hier vorne, die zusammentreffen. Und da sind meine beiden Fäden, die hier von hinten zusammentreffen. Die sind halt nicht aus der, also die sind aus der gleichen Öffnung und die auch. Die werden separat verknotet und dann auch separat versteckt. So, und als nächstes, wie kleben wir jetzt halt die Wimpern? Weil die verknotete ich noch nicht, weil diejenigen, die halt noch Wimpern anbringen müssen und so weiter, weil wir müssen das hier noch bewegen können. Und erst wenn das hier angebracht ist, kann man sehen, wo die Wimpern reinkommen. So, ich nehme hier ein bisschen Sekundenkleber. Das ist so ein Gelsekundenkleber, ne? Also der ist nie so flüssig und haut einem nie so schnell ab. So, und ich habe hier noch Wimpern. Ich habe ja bei manchen Sachen zum Beispiel, wenn die Augen dann zu groß sind für die Wimpern oder so, dann kürze ich die Wimpern. Und diese Sachen, also diese gekürzten Teilchen, schmeiße ich nicht weg, weil die kann man wunderbar für solche Sachen verwenden, ne? Dass man halt nur, wenn man nur seitlich so ein paar Wimpern setzt. Und deswegen ist es halt einfach zu schade, solche Sachen wegzuschmeißen. Jetzt muss ich nur darauf achten, dass ich nächstens die kleine Kleber reinschmeiße. So, und dann schaue ich, was ich habe. So, und die Wimpern werden reingesetzt, also mit dem Schwung nach oben. Bitte, äh, also so. Ein Augenblickchen. Dass der Schwung halt so geht. Bitte nicht so rum. Weil wenn es halt so anliegt, damit die so gesehen so einen Schwung halt hier lang machen. Wenn man so setzt, dann gucken die Wimpern nach da. Das ist nicht schön. So, ähm, ich ziehe mir das halt hier ein bisschen raus. Und da sieht man genau, wo es endet. Und da setze ich das erste Wimpernstück rein. So am Auge dran. Und, so, welcher Faden war das? Der hier. Genau. Und ziehe den so ein bisschen an. Und richte das Ganze hier aus. Und schaue halt, ob die Wimpern gut sitzt. Ob die halt eine schöne Form macht. So, ob es mir so passt. Und, Mündchen, so von der Seite guckt. Die sehen eigentlich ganz hübsch aus. Wie auf der Kamera kommt das halt nicht so gut rüber. Da. Da sind die. So. Reicht auch mehr. Muss auch gar nicht sein. Ähm. So. Und jetzt kommt Sekundenkleber. Ich nehme mit dem Zahnstocher so ein bisschen Sekundenkleber auf. Und klappe das hier so ein bisschen vorsichtig rüber. Und, äh, gehe ich hier, also verteile ich hier an der Wimper, so ein bisschen Sekundenkleber. Und hier an der Wolle auch entlang kann ein bisschen. Bitte passt auf, dass ihr nicht die Augen trifft. Wichtig. Deswegen mache ich das auch immer so schön vorsichtig mit Zahnstocher. damit mir die Augen noch nicht kaputt gehen. So. Und dann legen wir halt so die, das Augenlid rüber. Fixieren das damit auch. Und die Wimpern bleiben da wo die sind. So. Und da haben wir unsere erste Wimpern befestigt. So sieht's aus. Ist ganz einfach, unkompliziert und, ähm, ich sag mal so ohne, dass man die Augen kaputt macht. Also wirklich bei manchen Geschichten mit Sekundenkleber muss man wirklich sehr aufpassen. Weil, wenn die Augen das abkriegen, ähm, ja, kann man den Kopf quasi aufribbeln und wegschmeißen. Das ist wirklich schade. So. Das erste habe ich jetzt befestigt. Ich befestige jetzt das zweite genauso. Und dann sehen wir uns. So. Meine zweite Wimpern ist jetzt angebracht. Oder das zweite Wimpernpaar. So, äh, oder nicht Wimpernpaar. Das war richtig schnell. So. Das zweite Auge ist fertig. Ganz einfach. So. Und jetzt tun wir, also, diese hier einfach nur verknoten. Ich weiß, wir machen viele Knoten, aber... Man ärgert sie dann später nicht über die ganzen Fäden, die eventuell rauskommen könnten. Das ist ganz sicher dann, dass die halt auch wirklich da bleiben, wo die sind. So. Das, was überflüssig ist, halt abschneiden. Und diese Knoten wieder reinziehen. So. So. Und so sieht die Wimpernpaar aus. Wir haben es geschafft. Wir haben sie jetzt fertig. Ähm. Mal gucken, ob ich da ein bisschen weiterstellen kann. Genau. So sieht es aus. Die kleine, oder die große besser gesagt. Die ist ja gar nicht so klein. Mit ihrem halt wunderschönen Blick. Und, wie ich gesagt habe, wenn man die vernünftig ausbalanciert. So. 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 Zack. Die kann stehen. Ich halte die nicht fest. Das sind meine Hände. Und die steht von alleine. Also, man muss die wirklich noch ein bisschen ausbalancieren und dann kann sie sogar stehen. weil, ähm, das liegt da dran, weil die halt eben, ähm, diese breite Füße hat. Und, äh, dadurch halt, ne, hat sie ausreichend Fläche. Und wenn man die Beinchen halt vernünftig aufhüllt, also bis hierhin, so wie ich es im Video zeige, kann man die sogar hinstellen. So. Und so sieht sie, kann die natürlich auch, die Süße. Kann man auch hinsetzen. So, dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.